Hola hola, soy Tomás, dein Lieblings-Spanischlehrer, und heute lernen wir die Fragewörter auf Spanisch. Was? Sehr gut! Fangen wir mit WAS an. Huh? WAS heißt QUE auf Spanisch? ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos hoy? Die Fragewörter auf Spanisch, hab ich schon gesagt. Es war nur ein Be... ach, was war mit diesem komischen Zeichen am Anfang des Satzes? Dieses umgedrehte Fahrenzeichen. Das ist nicht komisch. Auf Spanisch schreiben wir das Fahrenzeichen sowohl am Anfang als auch am Ende. Wofür braucht man das? Damit wenn du etwas liest, du schon am Satzanfang weißt, dass es eine Frage ist. So musst du nicht bis zum Ende des Satzes warten. Und warum muss man... Muy bien! Jetzt warum! Auf Spanisch sagen wir POR QUÉ. ¿Por qué aprendo Español? ¿Por qué aprendo Español? ¿Por qué es divertido? ¿Por qué es divertido? Auf Spanisch verwenden wir POR QUÉ für die Frage. Und für die Antwort verwenden wir POR QUÉ zusammengeschrieben und ohne acento. PARA QUE bedeutet Wofür bzw. wozu. Das erkläre ich tiefergehend in dem Video über POR und PARA. Das könnt ihr später anschauen. Wie? ¿Cómo? Auf Spanisch! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo usted se llama? Das sage ich jedes Mal am Anfang der lección. Man kann COMO und KE kombinieren und das heißt ALS WAS. ¿Cómo que trabajas? ¿Cómo que trabajas? Como arquitecto? Como arquitecto. DÓNDE VO? ¿DÓNDE ESTÁS? ¿DÓNDE ESTÁS? En la escuela? En la escuela. DE DÓNDE FOJEA. ¿DE DONDE VIENES? ¿DE DONDE VIENES? VENGO DE LA CASA. VENGO DE LA CASA. ¿A DONDE? WOHIN? Man kann das sowohl getrennt als auch zusammenschreiben und beide Arten sind richtig. ¿A DONDE VAS? ¿A DONDE VAS? VOY AL CINE. VOY AL CINE. ¿Cuándo? ¿WÁN? ¿Cuándo vas al cine? ¿Cuándo vas al cine? ¿El sábado? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Vie viel? Nicht mit CUANDO WAN verwechseln. ¿Cuánto cuesta el vuelo a Santiago? ¿Cuánto cuesta el vuelo a Santiago? ¿Cuánto? ¿Cuántos?! ¿Cuántos?! ¿Cuántos? ¿Cuántas? Es kommt darauf an, wenn ich welche plus ein Verb sagen will, dann verwende ich QUAL. ¿Cuál es tu edificio? ¿Cuál es tu edificio? Aber für welche plus ein Nomen muss man auf Spanisch QUE verwenden. ¿En qué edificio vives? ¿En qué edificio vives? Hmmm… Ok, wenn du eine weitere Erklärung brauchst, haben wir schon ein ganzes Video darüber gemacht. Ah, stimmt! Das kannst du jetzt gleich anschauen und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und das letzte Fragwort… ¿Quién? Wer? ¿Quiénes? Wer? Plural. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? Plural. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quién es tu profesor de español favorito? Hm? Hm? ¿Quién es tu profesor de español favorito? ¡Eso es todo por hoy! Muchas gracias! Finde uns auf Facebook als Spanisch mit Tomás und auf Instagram als Tomás der Profi. Und… SUSCRÍBETE! Adiós! Bis zum nächsten Mal.